NATO, geschickte Formulierung, verschleiert Vertragsbruch. An der Grenze zu Russland wird weiterhin militärisch aufgerüstet. Da jedoch die NATO-Russland-Grundakte von 1997 eine dauerhafte Stationierung von NATO-Truppen in osteuropäischen Staaten untersagt, wird mit der sprachlichen Auslegung getrickst. Wir werden unsere Fähigkeit demonstrieren und trainieren, schnell Ausrüstung und Personal nach Europa zu verlegen, indem wir dort Personal mit ihren eigenen Ausrüstungen rotieren lassen, das offiziell in den USA stationiert ist, erklärte Pentagon-Sprecherin Laura Seale. Dabei verschleiert der Begriff Rotation einen Vertragsbruch des westlichen Verteidigungsbündnisses. Ihren offiziellen Standort haben nämlich die Soldaten andernorts im Westen und rotieren lediglich für eine bestimmte Zeit an die russische Grenze. Welches Ziel die NATO mit dem Rotationsprinzip verfolgt, machte zuletzt General Breedlove deutlich. Er war bis Mai 2016 Oberbefehlshaber der NATO-Verbände in Europa. Mit Blick auf das strategische Hauptquartier in Stuttgart sagte er unmissverständlich, this headquarters needs to be a warfighting headquarters. Was auf Deutsch nichts anderes heißt als, dieses Hauptquartier muss ein Kriegshauptquartier sein. Rotiert sich die NATO mit solch verschleiernden Worten in einen Krieg mit Russland? Sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, dort, wo mit Worten gekämpft und getrickst und provoziert wird, dauert es bis zu ersten Übergriffen meist auch nicht lang. Und eigentlich merkt es doch jeder. Hier läuft ein ganz übles Versteckspiel, dessen grausame Resultate immer offensichtlicher werden. Es darf nicht länger zugelassen werden, dass es den Urhebern von Verschleierung und Lüge immer dreister gelingt, ihre Macht auszudehnen und dabei noch gerechtfertigt ihr Gesicht zu wahren. Für Gewalt und Täuschung gibt es keine Entschuldigung. Sie wird nur beendet werden können, wenn wir diese fortwährende Täuschung immer wieder vor aller Öffentlichkeit aufdecken. Helfen Sie aktiv mit, Ross und Reiter beim Namen zu nennen, zum Beispiel, indem Sie unsere Sendung verbreiten. Helfen Sie aktiv mit, Ross und Reiter beim Namen.